Was geht ab Leute, euer Fraps ist hier heute mit einem neuen Video. Heute geht es auf jeden Fall um den Gegenstandshop vom 20.05.2021. Also ganz kurz, was ich noch sagen wollte ist, Leute, ihr habt vielleicht gesehen, ich habe ein neues Thumbnail, ein bisschen andere Titelvarianten. Bin gerade so ein bisschen am rumprobieren, was für euch ein bisschen besser ist. Findet ihr es besser oder schlechter? Schreibt es mir gerne mal unten in die Kommentare, würde mich auf jeden Fall interessieren. Wie ihr mit der Grund sehen könnt, habe ich hier von der Fortnite Crew Belohnung einen Ladebildschirm erhalten. Ist jetzt nicht so, dass ich sage, boah geil, wollte ich unbedingt schon haben, so lang schon. Nein, natürlich nicht, aber ist cool, hat man, nimmt man mal mit. Wir switchen direkt in den Itemshop und schauen uns an, was daraus in der Wildnis so abgeht. Let's go. Schauen wir uns natürlich erstmal an, ob sich an den Paketen etwas verändert hat. Soweit ich sehen kann, erstmal nicht. Die Fisch-Skins sind wieder da, beziehungsweise ein paar Fischstäbchen-Skins inklusive Wasser-Thema-Skins, sagen wir es mal so. Wir haben weitere Fisch-Skins, täglicher Bereich, eine neue Sache und viele wiederkehrende Sachen. Alles klar, schauen wir uns erstmal den täglichen Bereich an und arbeiten uns dann weiter. Der Rückpaddler. Nach 32 Tagen wieder am Start, Freunde, muss man natürlich selber wissen, okay, hole ich mir den, hole ich mir den nicht. Ich persönlich finde den jetzt nicht so nice. Dann haben wir konzentriert nach 100 Tagen wieder zurück, ist auch kein Emote, den ich mir direkt kaufen würde, fühle ich ehrlich gesagt nicht so. Dann haben wir die Eis-Zapfen-Spitzhacke nach 41 Tagen wieder zurück, finde ich persönlich richtig nice, ist auf jeden Fall eine geile Spitzhacke. Dann haben wir hier heute neu eine Lackierung, verlorene Reichtümer. Sieht nicht so gut aus, ehrlich gesagt, also ich persönlich finde sie jetzt nicht ansprechend, deswegen würde ich da jetzt erstmal die Finger davon lassen. Dann gehen wir hier einmal nach links, wir haben hier den Party-Prügler nach 113 Tagen wieder zurück. Rückenaccessoire geil, der Scan an sich ist eher nicht so. Wird das Rückenaccessoire halt eher auf die Finsterbomberin oder auf die ganz normale Farbenbomberin drauf machen, finde ich dann optisch richtig nice. Passt halt richtig, richtig cool zusammen. Dann haben wir hier die Schattenagentin, einmal in der weißen und einmal in der schwarzen Version. Nach 429 Tagen ist der Skin wieder zurückgekehrt, also nach über einem Jahr wieder im Shop. Muss man selber wissen, ob man da Bock drauf hat. Ich habe mir die Dame gegönnt. Ich persönlich finde den Skin eigentlich ganz in Ordnung. Dann geht es erstmal nach oben, dann arbeiten wir uns nach unten. Hier haben wir auch wieder einen Skin, der wieder zurückgekehrt ist, beziehungsweise drei Skins, wie ihr hier sehen könnt. Fangen wir als erstes mal mit Wolfkäppchen an. Nach 201 Tag wieder zurück, inklusive Spitzhacke und der Lackierung. Spitzhacke und Lackierung ist okay, ist in Ordnung so, muss man sich aber jetzt nicht unbedingt kaufen, finde ich. Der Mopser ist zurück mit seinem Rückenaccessoire Hundetasche. Dann haben wir nochmal, okay, warum kommt hier immer wieder Hundetasche? Perfekt, Kauknochen als Spitzhacke und Wuff als Lackierung. Nach einem Monat ist alles wieder zurückgekehrt. Und zu guter Letzt ganz oben haben wir Chalius Maximus nach einem Monat wieder zurück, inklusive seiner Spitzhacke. Dann geht es auch schon hier nach unten zu den Fischstäbchen-Skins. Hier haben wir so einige wieder zurück. Alles, was ihr hier sehen könnt, Freunde, ist nach einem Monat zurückgekehrt. Vor allem jetzt das Skin-Paket hier auf der linken Seite. Hier drüben sind für einzeln mal ein, zwei Sachen, die nicht so lange drin gewesen sind. Also die waren ein bisschen später halt letztes Mal im Shop. Fischstäbchen an sich ist jetzt nach einem Monat halt zurückgekehrt. Ein Muss im Spenden meiner Meinung nach. Muss man auf jeden Fall besitzen. Muss aber dementsprechend auch jeder für dich selber wissen. Dann haben wir hier unten nochmal dieses komplette Prinzessin Feli-City-Paket. Ähm, ich sag euch so wie es ist, muss man jetzt nicht unbedingt mitnehmen. Finde ich persönlich gar nicht nice so. Lackierung ist in Ordnung, um ehrlich zu sein, aber alles andere ist nicht so mein Vibe. Nach einem Monat wieder zurück. Dann geht es auch schon hier nach unten. Hier haben wir zum einen ganz links Atlantis Fischstäbchen. Und zwar nach einem Monat wieder zurückgekehrt, inklusive seiner Spitzhacken. Und ebenso nach einem Monat wieder zurück. Hier Schlachtenstäbchen, inklusive Blasenkamu als Lackierung. Und dann haben wir natürlich zu guter Letzt auch eine Dame, die nach einem Monat wieder zurückgekehrt ist. Und zwar Seestern, inklusive Gleiter und Spitzhacken. Soviel auf jeden Fall zum Battle Royale Modus. Wir switchen in den Rette die Welt Modus, Freunde. Und checken dann dort nochmal ab, was wir denn da draußen in der Weltnis so alles erhalten haben. Also gehen wir da einfach mal easy peasy rein. So, im Lama Shop haben wir das. Es ist eine Falle Lama. Im Gegenstand Shop ist jetzt nichts Besonderes im Shop, wie ihr sehen könnt. Auch trotz Aktualisierung. Und das, meine Freunde, soll es mit dem Video gewesen sein. Lasst mir gerne natürlich mal einen Daumen da. Vergesst nicht zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren. Ich bin raus für uns im nächsten Video. Haut rein. Geht mit dem Flow. Euer Fraps. Und ciao. Euer Fraps. Euer Fraps. Euer Fraps. Euer Fraps. Euer Fraps. Euer Fraps. Euer Fraps.